Heute ist der 30.04. Der Samson liegt schon auf dem Tiefhahn mit Tagesdecke. Das Feuer lodert, weil es ist ja noch ein bisschen kalt draußen. Und die Berry gibt ihren Kindern schon das dritte Frühstück. Brunch ist es schon, Brunch. Brunch, allen geht es gut. Alle wurden gestern entwurmt. Die Chemie hat ihnen natürlich nicht gefallen. Und Gerhard, nimm doch mal einfach genau da gleich den Herrn Orange. Der hat fertig gefrühstückt. Dann zeigen wir nämlich mal, wie schön die Augen schon offen sind. Herr Orange, ja, schau dir. Ah, okay, okay, du magst zu deiner Mama zurück. Ja, was, ja, was. Ah, da tun wir ihn schnell zurück. Also alle haben die Äuglein offen. Alle nehmen wunderbar zu. Und die Berry ist die gechillteste Mutter, die es überhaupt gibt, gell? Berry, sag einmal was. Ja, 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 bis zum nächsten Mal.